und heute sind wir nicht im Tram Simulator sondern in Train Sim World 2 ein weiteres Zug Simulator Spiel einfach mal hier zum testen Fahrgäste einsteigen lassen Türen entriegeln wir entriegeln die linken Türen logischerweise ja das ist unser Zug hier ja so eine Regionalexpress fahren wir jetzt wo ich mich nicht mehr legen wo ich das erkennen kann Aachen genau RE9 nach Aachen Hauptbahnhof ja genau jetzt muss ich ganz kurz noch mal schauen genau da sind wir und wir fahren soweit ich das jetzt gesehen habe erst nach Aachen Hauptbahnhof und dann fahren wir von da aus dann wieder zurück dann nach Köln oder sowas ja deswegen wir warten jetzt erstmal da drüben fährt noch ein ICE mit rein genau ich muss an der Stelle sagen ich bin hier nicht wirklich ein Zug-Experte also wenn ihr irgendwie irgendwas habt beispielsweise wo ich irgendwie was Falsches gesagt habe oder irgendwie falsch irgendwas falsch gemacht habe oder wie auch immer könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben um mich da zu verbessern so wie verrückt dann ist die Türen jetzt auch nicht zu gehen genau genau da muss ich sagen tatsächlich Unterschied zu Trains immer lauter so wie über das die Türen viel besser beispielsweise animiert sind ich spiele das sollte eigentlich auch blinken das hatte ich übrigens schon mal gesehen das hat jetzt irgendwie nicht geblinkt keine Ahnung genau Aachen da kann man jetzt beispielsweise im Zug viel besser rumlaufen man ist wie die first person quasi in der Person drin kann sich hier beispielsweise auch in anderen sitzen mit einsetzen leider fährt dann halt der Zug nicht von alleine aber es ist ganz gut gemacht die Steuerung geht auf jeden Fall auch schon Richtung Profi Steuerung also wirklich deswegen hier ist die ich hoffe ich fahre jetzt gleich los genau das passt auf jeden Fall dass wir dann auch pünktlich ankommen ich würde dann sagen ja ohne euch was zu knabbern lehnt euch zurück und genießt die Fahrt wir sind hier im Regen unterwegs müssen wir eine Scheibenwische aktivieren das war glaube ich hier genau machen wir mal Stufe 3 das war ich ja safe ein bisschen viel so jetzt müssen wir wieder bremsen das steuere ich jetzt mit der Taste A und D auf der Tastatur bei der Taste A gibt man quasi Gas und bei D bremst man dann wieder wie man sehen kann man kann entweder Gas geben oder bremsen logischerweise da reicht sogar die erste Stufe auch aus hier zu toll ist es ja nicht am Regnen so und jetzt dürfen wir auch einiges schneller fahren auf jeden Fall so genau das ist alles ein bisschen anders auch aufgebaut als der Train Simulator wie gesagt zum Beispiel auch die Steuerung wo man beim Train Simulator noch so eine kleine Hilfe hat wenn man sich mit den ganzen Knöpfen und Schaltern im Zug nicht so wirklich auskennt allerdings muss man eben dazu sagen es gibt die sehr ausführliche Tutorials die man dann am Anfang starten kann beziehungsweise spielen kann und dann wenn man es verstanden hat geht man sich da auch ganz gut aus ich weiß nicht warum der Ton jetzt so ein bisschen verbuggt ist ein bisschen verbuggt der Ton ich weiß auch nicht warum so jetzt ist schon mal besser hier gibt es jetzt auch soweit ich weiß keine Ansagen leider oder ich weiß nicht warum hier sind ich weiß nicht wir da kommen noch ein mal ein bisschen Gas geben und ich bremse. Erstmal auf Maximalgeschwindigkeit kommen. Wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ein Like ebenfalls. Dann kann ich sehen. Ja, okay, ihr möchtet mehr Train Simulator-Videos sehen, beziehungsweise Train Simulator. Das nächste Video wird ein etwas anderes Video sein und zwar wird das eine Drop-10-Mods in Fireworks Mania werden. Ja, wenn es interessiert, kann sich auch immer darauf dann demnächst befassen. Wann das Video genau kommt, kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. So, jetzt sind wir gleich nur nach 80 fahren. Ein bisschen aufpassen, dass der Rad des Rads sich halt durchdreht. Oder die Räder halt genauer gesagt. Das passiert auch ganz gut. Bremsleistung. Fünf Prozent. Machen wir mal auf Null erstmal. So, jetzt hätten wir schon am Langer Wehe ankommen sollten. Oder sollen. So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass wir jetzt nicht so weit fahren. Maximal Bremse. Ja, okay, das war eigentlich nicht schlecht. So, dann entriegeln wir die Töne rechts. Dann mal hier zum Gucken. Dann mal hier zum Gucken. So, dann kann es weitergehen. Ich muss jetzt hier gerade einen kleinen Cut machen. Auf Haltstuhl-Taste. Erriegeln. Braucht dann auch kurz einen Moment, bis die Tür dann schließt. Bisschen komisch gemacht. Das falsche doch. Richtig. A heißt Gas. Wenn das denn funktioniert, der muss jetzt glaube ich erstmal den Druck rauslassen wegen der Notbremse. Notbremse. Mal kurz gucken hier. Ja, das sieht doch gut aus. Bremszylinder, jetzt könnte man theoretisch abfahren. Genau, ja. Du musst nämlich ein bisschen länger irgendwie auf Null lassen, bis der irgendwie den Druck rausgelassen hat. Und dann kann man erst abfahren. Weil ich das jetzt verstanden habe. Okay. Perfekt. Entschuldigung, ich kann es nicht sagen. Es soll ja bremsen bzw. auf Null stellen. Aber jetzt muss man doch wieder schneller fahren. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hat man da gelb und grün gehabt. Nochmal gelb und grün. Aber hier darf ich 120 fahren bescheiden. Ich frage es nur wie lange. Oder heißt es einfach, ich soll nicht so viel Gas geben, dass der nächste Bahnhof gleich kommt? Coolback, Rhein, Hauptbahnhof. Oh Gott, oh Gott. Hier sind auf einmal einiges zu schnell, wie ich das will. Nein, das ist falsch rum. Hä? Ich bin grad gar nicht mehr mit der Steuerung zurecht. Ja, perfekt. Jetzt muss ich mal wieder auf 0 gehen. Mal sehen, dass der Druck wieder raus geht. Aber jetzt... Das war nicht wieder so schnell. So, jetzt war ich glaube ich wieder ein bisschen abgelenkt. Aber jetzt kann man die Karte auch rausgelassen haben. Weil ich hatte jetzt gedacht, ich hätte es auf 0 gestellt. Aber irgendwie war es jetzt doch auf Bremsung. Komischerweise. So. So, jetzt aber. und wieder option verpackt aber das weiß fast eine punktlandung gewesen oder eine punkt bremsung wie auch immer aber gut 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 Das haben wir glaube ich noch rot, soweit ich das jetzt oben rechts sehe. Bommi sehe ich jetzt gar nichts. Ah jetzt grün. Ich weiss nicht warum da die Ampel auf der linken Seite steht. Eigentlich müsste die ja rechts sein. Theoretisch. Deswegen habe ich die gerade gerade gar nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass oben rechts ein rotes Signal ist. Aber ok. Oh Gott, stopp, 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 bremst. Und zwar wahrscheinlich weil da noch so ein ICE vor uns war. Wir haben uns da vorher überholt, wo wir da am Bahnhof gehalten haben. Oh Gott. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, ist gut jetzt So, jetzt So, jetzt So, jetzt kommt Islanddorf Jetzt werden wir nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht, jetzt Jetzt werden wir ja, was die Zeit betrifft, eigentlich sogar pünktlich, theoretisch Fast bis auf paar Sekunden Joa, perfekt Kann ich gerade mal kurz ausgucken Soa Könnte ich hier Fahrkarte kaufen? Das geht nicht schade Das Baustelle Okay Okay Soa 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt können wir gleich noch 140 fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, also das wäre es dann hier an der Stelle gewesen, vielen Dank fürs Zusehen, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ähm, ja, euer GG.4 und schön mit ihr Leute.